Starke Rentenerhöhung 2023 erwartet bis zu 4,2% mehr Rente, so die erste Prognose. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Millionen Rentenempfänger in Deutschland können sich laut Aussagen von Hubertus Heil am 05.11.1922 getätigt auf eine Rentenerhöhung im Jahr 2023 einstellen. Alle Jahre wieder im November wird der Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung veröffentlicht. Und in diesem Bericht, der ist immer so um die 100 Seiten stark, stehen viele Zahlen, unter anderem auch die Vorausberechnungen für die neuen möglichen Rentenwerte. Im Juli 2023 sollen die Renten in West um 3,5% und in Ost um 4,2% steigen, so die Aussagen im Bericht. Die Zahlen, die in dem Rentenversicherungsbericht verarbeitet worden sind, beruhen laut dem Schätzerkreis auf dem Stand Oktober 2022. Die echten und fixen Zahlen, wie hoch die Rentenwertanpassung zum 01.07.2023 dann wirklich ausfallen wird, stehen erst im März 2023 fest. Dann verkündet der Bundesminister für Arbeit und Soziales, möglicherweise dann immer noch Hubertus Heil, die neuen Rentenwerte. Eines ist aber klar. Die Rentenanpassung in Deutschland folgt der Lohnentwicklung. Und diese steht für das gesamte Jahr 2022 überhaupt noch gar nicht fest. Laut Aussagen des Bundesamtes für Statistik gibt es aktuell nur Zahlen der Lohnentwicklung bis Ende des zweiten Quartals 2022. Wenn hierauf die Prognosen des Schätzerkreises beruhen sollten, sind die verkündeten neuen Werte doch sehr, sehr vage. Wir erleben zurzeit sehr hohe Lohnabschlüsse, die in den Zahlen der Statistik noch gar nicht erfasst sind. In den Jahren 2024 und 2025, so geht es aus dem Rentenversicherungsbericht für das Jahr 2022 hervor, soll es dann 5% und 4,7% mehr Rente insgesamt geben. Wir haben ja dann die Rentenanpassung oder die Rentenwertangleichung. Das heißt, wir haben dann nur noch einen Rentenwert in Deutschland. Der Rentenversicherungsbeitrag, das ist positiv, soll bis 2026 bei 18,6% stehen bleiben. Ich sage erst einmal, gute Nachrichten. Für 21 Millionen Rentenempfänger in Deutschland. Die Renten werden ab 2023 in West und Ost wieder steigen. Nur die tatsächliche Höhe der Rentenwertanpassungswerte ist noch offen. Spannung also bis zum März 2023, wenn das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die neuen Rentenwerte veröffentlichen wird. hoffen wir auf hohe Rentenzuwächse für 21 Millionen Rentenempfänger. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Wenn es kurz vor Kum halföhlich ist, Vielen Dank.